Die Ausstellung Albert Steiners Erben ist Teil des Gesamtprojekts Fotoszene Graubünden, einer längerfristigen Recherche des Bündner Kunstmuseums zum fotografischen Schaffen in und Ausgraubünden. Ziel dieses Projekts ist es, den Fragen nachzugehen, was eine künstlerische Szene ausmacht und ob überhaupt von einer Bündner Fotoszene die Rede sein kann. Dazu sollen Fotografinnen und Fotografen nicht nur untereinander, sondern auch mit dem Bündner Kunstmuseum enger vernetzt werden. Ein weiteres Ziel besteht darin, hier einen Diskurs über die medienspezifischen Eigenheiten von Fotografie sowie über das komplexe Beziehungsgeflecht zwischen Kunst und Fotografie in die Wege zu leiten. Fotoszene Graubünden, das Projekt, besteht also aus Diskussionen, aus Veranstaltungen, aus einem Magazin und einer speziellen Webseite und wird mit der Erstausstellung Albert Steiners Erben lanciert. Albert Steiners Erben als Titel für eine Ausstellung zum zeitgenössischen Fotoschaffen in Graubünden ist provokativ, denn um Albert Steiner, der anfangs des 20. Jahrhunderts tätig war und wie kein anderer das Bild dieses Kantons geprägt hat, kommt man als Bündner Fotografin oder Fotograf nicht herum. Steiners Landschaftsaufnahmen haben sich in den Köpfen festgesetzt, da sie auf zahllosen Postkarten in Publikationen und Zeitschriften zirkulierten und viele Nachahmer fanden. Die sakrale Überhöhung des lichtdurchfluteten imposanten Tals des Oberengadins oder die makellose Unberührtheit einer frisch verschneiten Tanne stehen im kollektiven Gedächtnis nicht nur für die unverwechselbare Schönheit des Engadins, sondern für unsere nationale Identität. Die zeitgenössischen Bündner Fotografinnen und Fotografen müssen Wege finden, mit dem fotografischen Erbe von damals umzugehen. In dieser Ausstellung stehen sich historische und aktuelle Positionen gegenüber, um Traditionslinien und Neuerungen in der Fotografie zu zeigen. Die Auseinandersetzung mit der Landschaft, mit Motiven wie Berg, Schnee, Gletscher, Wald oder Baum, bleibt für viele Bündner Fotografinnen und Fotografen ein wichtiges Thema, wird aber auf zeitgenössische Weise behandelt und umgesetzt. Albert Steiner war kein isoliertes Phänomen, sondern zusammen mit Emile Meerkämper, Andreas Bedrätt, Jean Gabarell und noch älteren Fotografen wie Romé de Gouler, wurden die Fotografen Josef Rauch oder Elisabeth Main, Teil einer fotografischen Tradition, die ihren Ursprung in der touristischen Erschliessung der Alpen im 19. Jahrhundert hat. Graubünden profitiert bis heute vom Tourismus. Die Anziehungskraft der Berge ist ungebrochen. Aber unser Bild von der Bergwelt ist brüchig geworden. Niemand glaubt mehr an eine heile Natur oder an die Idylle auf der Alp. In Davos versammeln sich regelmässig die führenden Köpfe der Weltwirtschaft und verwandeln den Skiort in einen Hochsicherheitstrakt. Schülspinatschs Davoser Panorama besteht aus über 2000 Einzelbildern, die automatisch von Netzwerkkameras aufgenommen wurden. Damit wird die klassische Dokumentarfotografie und das mediale Bild an sich hinterfragt. Auch Goran Galic und Canretu Gredic untersuchen das Medienbild, indem sie die Kriegsfotografen befragen, wie ihre Fotografien entstehen und was sie bewirken, was sie zeigen können mit einer Fotografie und was eben nicht. Die heutigen Fotografen aus Graubünden setzen sich mit den Fragen unserer Zeit auseinander und vertreten eine zeitgemäße Auffassung von Fotografie. Und selbst wenn viele, ganz im Sinn von Albert Steiner, auch heute noch die Landschaft thematisieren, so finden sie einen eigenständigen, gegenwärtigen Umgang mit der Landschaft und mit der Fotografie als künstlerisches Medium. Auf Wiedersehen!